Wie starte ich die Klima-Challenge? Um bei der Klima-Challenge mitzumachen, könnt ihr euch bis zum 24. Februar anmelden. Dazu könnt ihr uns entweder direkt eine Mail schreiben oder ihr nutzt das Anmeldeformular auf unserer Webseite. Danach definiert ihr euer persönliches Ziel. Das bedeutet, dass ihr euch einen Themenbereich in eurem Leben aussucht, den ihr verändert möchtet. Das kann zum Beispiel der Bereich Konsum, Mobilität, Energie, Müll oder Ernährung sein. Dazu als Entscheidungshilfe könnt ihr zum Beispiel einen CO2-Fußabdruckrechner im Internet nutzen oder die Ideensammlung auf unserer Webseite. Überlegt, ob es euch wichtig ist, was zu integrieren, das euch leicht fällt oder wo ihr besonders viel verändert möchtet. Das ist euch selbst überlassen. Danach ist es wichtig, ins Handeln zu kommen. Nutzt die Impulse auf Instagram oder unserer Webseite und setzt diese um. Tauscht euch mit den anderen Teilnehmern in unseren Talkrooms aus. Bei all dem ist es aber wichtig, eins nicht zu vergessen. Bleibt realistisch. Es bringt nichts, wenn ihr frustriert seid und euch zu hohe Ziele setzt. Und auch dem Klima ist nicht geholfen. Setzt lieber kleine Ziele, die ihr umsetzen könnt, damit diese zu Gewohnheiten werden und langfristig in eurem Alltag bleiben. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.